Fahrschule Als Vorbereitung und Hilfe auf Deutsch und Tigrinja Klasse B Eine theoretische Prüfung hat 30 aus etwa 1200 Fragen. In diesem Video werden 10 Fragen übersetzt und beantwortet. Das Video wird 10 Fragen übersetzt und beantwortet. Worauf müssen Sie sich einstellen? Auf ein Fahrzeug, das hinter der Kurve in ihre Richtung langsam fährt. Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden wird. Auf Wildwechsel hinter der Kurve. Was wir bei der Nase auf? Wie wir wollen Sie die EU machen? Wir wollen Sie die EU machen auf den goldenen Küchenivalen. Wir wollen Sie die EU machen, wenn Sie die EU machen können. Wir wollen Sie die EU machen, die EU machen. Alle drei Antworten sind richtig. Ich fahre durch eine Kurve. Es sind ungünstige Lichtverhältnisse. Ich weiß nicht, was nach der Kurve kommt. Auf jeden Fall muss ich mich auf ein Hindernis einstellen, was eine schnelle Reaktion erforderlich machen kann. Also Geschwindigkeit vorher anpassen. Die Aufmerksamkeit. Das ist ein Herz. Ich habe auch die Situation. Die Situation ist ein Herz. Eher ein Herz. Denn die Situation ist ein Herz. Und die Situation ist ein Herz. Wir sind ein Herz. Wir haben eine Einheit. Wir sind ein Herz. Womit müssen Sie hier rechnen? Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren? Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt, das sich vor der Kreuzung halten muss. Womit müssen Sie hier rechnen? Durch die hohe Hecke kann ich erst recht spät sehen, was in der rechten Straße für eine Situation ist. Ich fahre langsam an die Kreuzung heran und bleibe, wenn nötig stehen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Womit müssen Sie hier rechnen? Sie möchten überholen, worauf stellen Sie sich ein? Auf plötzlich auftauchenden Gegenverkehr Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Der Radfahrer vor mir hebt die Hand. Grüßt er die Fußgänge oder möchte er anhalten? Ich weiß es nicht. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Radfahrer auch ohne Handzeichen seine Richtung plötzlich ändert. Dies gilt besonders bei Kindern. Also Vorsicht! D켓ung Dieter Melsi kutraghulittan Celeston Conor Etheek akad ma jezggo ēggo azzallo zoraar bishkletta Idui jawat aaut aallu Sabdiw salam kebeldalliw Weiss Douwiw kebeldalliw Kifilat ayka alniw Selazidamma Ab gimmet ke it wooa alanniw Walab zeyzkhona maliket Hann debet kanpflit ke ēir kam zaggal Ezidamma Bafillayi ab kol u maalatiyw Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Geschwindigkeit vermindern, bremsbereit sein und verändert weiterfahren. Die Antworten 1 und 2 sind richtig. Ich kann den Traktor früh und gut erkennen. Der Traktorfahrer sieht mich aber erst sehr spät. Darum vermindere ich meine Geschwindigkeit und bleibe bremsbereit. So nehme ich Rücksicht. Vielen Dank für die Einladung. Womit müssen sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? Fußgänger können unachtsam sein. Fußgänger können plötzlich stehen bleiben. Fußgänger können auf halbem Wege umkehren. Entei gittin abgimit kteotilleka. Ente daa ta gugasta aggar netezirga yisagurwalu. Entei gittin abgimit kteotilleka. Entei gittin abgimit kteotilleka. Entei gittin abgimit kteotilleka. Entei gittin abgimit kteotilleka. Alle drei Antworten sind richtig. Genau nach diesen drei Punkten richtet sich mein Verhalten, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Ich kann nicht damit rechnen, dass alle sich an die gültigen Regeln halten. Dies gilt besonders bei Kindern und älteren Menschen. Für euch und zwei sind die24, die 3 Jahre her, aber auch er ist. Er kann über Wiegele unterhalten. Es ist eine gute Meinung. Ich bin wieder auf dem 5-6 Jahre lang. Ich bin jemals. Ich bin wieder auf dem Weg, Sie beruzeugen, und das wird sich libertad im K completamente. Das ist einistani. Ich bin die b geben. Ich bin für euch immer gut. Ich binivan, Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? Sie sehen und hören oft schlechter. Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich. Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein. Geheim, Geheim, Geheim Geheim. Alle drei Antworten sind richtig. Ältere Menschen überschätzen sich häufig. Sie meinen, sie können alles so, wie es die Jüngeren können. Aber das ist falsch. Ich weiß das und stelle mich darauf ein. Ich weiß das, wie es die Jüngeren kann. Ich weiß das, wie es die Jüngeren kann. Ich weiß das, wie es die Jüngeren kann. Die Antworten 1 und 2 sind richtig. Bei geraden und übersichtlichen Straßen kommt es oft zu Gefahrensituationen, weil der Abstand zu einem Entgegenkommenden zu groß eingeschätzt wird. Auch wird oft der Überholweg falsch eingeschätzt, fast immer zu kurz. Ich weiß, wie es die Jüngeren kann. Drei zu viel, wie es die Jüngeren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie wollen ein weiterer Ausführungszeichen In der Zeit, die wir mit dem Ausführungszeichen haben, die wir mit dem Ausführungszeichen entdecken können, wir wollen ja nicht die Ausführungszeichen sondern die Ausführungszeichen Wofür kann die Warnblinklicht hinweisen? Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? Auf liegen gebliebene Fahrzeuge Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen. Auf einen Stau. Wir haben uns nicht mehr gesagt, dass wir die Kinder ein- oder aussteigen. Wir haben uns nicht mehr gesagt, dass wir die Autobüse nicht mehr verwendet haben. Wir haben uns nicht mehr gesagt. Alle drei Antworten sind richtig. Jede Antwort beschreibt eine Situation mit erhöhter Lebensgefahr. Deshalb ist Warnblinklicht eingeschaltet. Kullo melzi kuna aatiom. Nafs ukaf melzi kabzen zis uba naa hada kunatat bello ulna yuat xadigat galitz. Sela zedem mayu. Ettei naimat eng athalici zoola. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Auf einen Bahnübergang, an den ich ab hier mit maximal 10 km pro Stunde heranfahren darf. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge nur mit 10 km pro Stunde befahren dürfen. Auf einen Bahnübergang, den ich mit maximal 10 km pro Stunde überqueren darf. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge nur mit 15 km pro Stunde überqueren darf. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge überqueren darf. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge überqueren darf. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge überqueren darf. Die Antworten 1 und 3 sind richtig. Situation. Es kommt ein Bahnübergang ohne Schranken. Das ist besonders gefährlich. Die maximale Geschwindigkeit, die ich ab dem Schild und dann über die Schienen fahren darf, beträgt 10 km pro Stunde. 1. 2. 4. 8. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 13. Wer länger als drei Minuten hält, wer sein Fahrzeug verlässt, wer vor einer geschlossenen Bahnschranke länger als drei Minuten wartet. Die Antworten eins und zwei sind richtig. Laut Straßenverkehrsordnung, StVO, Paragraf 12 gilt, wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Es genügt also schon eines von den beiden Kriterien, um aus dem Haltevorgang einen Parkvorgang zu machen. StVO, Paragraf 12 gilt, wer sein Fahrzeug verlässt oder weniger als drei Minuten hält. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. der Oghulew. Untertitelung des ZDF, 2020